Sorry, das kommt noch der zweite Teil mit dem Busvideo. Sorry, dass es gerade abgebrochen ist. Auch nicht so schlimm, weil Jessica hat sich gerade eben angerufen. Jetzt nehme ich schnell nach dem Busrad. Okay, jetzt wird ein zu regnen. Vielleicht gehen wir noch später schwimmen, wenn das Regen aufhört. So, jetzt bin ich gleich noch mit dem Bus, dann bis gleich. So lange kann ich wahrscheinlich noch den Bus wieder machen. Den kleinen da. So, es ist halt noch dieser Bus, dann gehen wir ab. Richtig, richtig. Sollte es noch das letzte Video, dann gehen wir gleich, weil es hängt an zu regnen. Regnen. Aber später oder morgen mache ich ein Busvideo. Nach dem Flugzeug fliegt. Szene 1 denke ich. Hermann Karm oder sowas. Ja. Ah, das kommt noch dieser. Also das EMT. Also EMT, achso. Okay, heute kommt noch der letzte Bus, dann ist vor Ort Schluss. So. So. Es ist die Linie 23 A nach Palma. Okay, kurz Stopp. So, das ist noch ein kurzer Bus. Jetzt fährt er gerade langsam los. Sollte gleich mal das Video beenden. Also ich fährt noch schnell den Bus weg. Und dann mache ich noch später. Morgen mache ich noch ein Flugzeugvideo. Dann noch einen Bus auch noch dazu. Ja, Montag sind wir leider weg. Echt schade, echt mies. Warum unscharf. Hallo. Dankeschön, wegen unscharfen Kamera. Dankeschön. Egal, war nicht so schlimm. Flugzeug. Ok Leute, das war's von Video. Tschüss. Tschüss.